Oh man, ey. Das ist mal ein Akte. Ach, sterb ich schon ein bisschen schneller. Oh man, ey. Das sind kaum noch Schaden jetzt. Ich bin nur ein Dashy. Oh ja, ich muss mal reizen. Ja, natürlich. Oh. Toll, das ist ja fast. Ich dachte, warum wir uns das trotzdem ein bisschen größer machen können. Juhu. Bäm. Zieh mal hier. Na, du bist bestimmt gleich zu nem Weg, ja. Enter the Pandomium Fortress. Tür war hier. Der schon wieder. Tja, vorne läuft der. Oder ist er das nicht doch? Oh man. das zwischen den zum scheiß Prozent auch natürlich vielleicht Champions, ne? also ja ich bin die Felsen einfach schön easy jetzt da was ist das hier? oooook jetzt noch einer oh, ich laufe ja so schnell das ist so krank ey, das hätten wir auf Torment nie geschafft hehehe ich hätte auch auch helfen müssen ah aber da hat der keinen Characke oh je du bist im scheiß Tür hehehe bist du stecken geblieben, oder? ja, schaden wir mal Tür vor allem oh du bist schön, bleibt ja nicht, wenn du bist du bist He he. Jetzt kann ich irgendeinen Punkt dafür gehen, aber okay. Was ist denn das? Du kannst doch jetzt noch einen... Passiven Skills-Slot. Passiven Skills-Slot, ja. Okay, was ist das? Wo müssen wir überhaupt finden? Ich hab keine Ahnung. Das war so riesig. Wir müssen auf jeden Fall erstmal in Level 2 kommen. Ja. Oh, da oben sind Könige. Ich hab schon wieder das Molten gesehen. Ja. Gott, Akt 5 unter einer Stunde wird aber nix, ne? Da war doch wie die anderen Akte immer so in Archiv gehen. Ja. Was kannst du dir schon? Dann sind wir dabei, seit um 1 ungefähr nie. Ja. 4 Stunden mehr. Ja. Also, da. Weitere. Ja. 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 Es ist nicht bereit. Es ist nicht bereit. Was ist das denn für eine Waffe? Guck mal hier, riesiger Dreizack. Jetzt ausgerissen. Natürlich falsch. Okay. 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 Ich bin so schnell. Oh, ich stepp. Ah, ich bin so schnell. Au. Auf jeden Fall ein bisschen mehr als Akt 5 in Diablo 2. Oh, jetzt hasse ich ihn. Oh, super. Ja. Oh, super. Toll. Ach, hier geht's noch weiter. Ist das auf Level 2 hin? Ja, das ist Level 2. Gott sei Dank. Ja. Ich bin doch schon wieder voll. Die Säule hat gesessen. Blub. Oh, oh Gott. Das sieht ja aus wie gut. Äh, der Geist der Welt. Traumwelt sind wir ja. Na, Feind Materiel. Ist ja doch der Letzte, ne? Keine Ahnung, wie der heißt. Ich glaube, ja. Mal sehen. Vielleicht müssen wir noch mal auf Easy runtergehen. Frenzy. Oh, ich laufe auch jedes Mal rein. Ich bin doch nicht minus. Ja. Ich hab's nicht Sportschreibung. Ich hab's nicht so hier. Ich bin ja auch nicht so auf. Das ist ganz links, ne? Ist gut zu wissen. Ich bin voll zurück. Ah, ich bin wohl da drauf. Ist auch zurück, komm. Oh, gerade ein bisschen schwierig hier.